guten morgen zusammen so ich bin früh wach heute sieben uhr denn ich habe heute mal wieder ein kleines fotoshooting da freue ich mich schon drauf und ja das werdet ihr nachher sehen was wir da genau schuten und was wir davor haben so bin ich heute schon so früh wach aber die letzten zwei tage waren so crazy hier ich habe euch erzählt dass hier fester woche ist versteht übrigens meine wäscheklammer falls ihr euch fragt was das ist und ich habe euch gesagt dass fester woche ist und zwar echt direkt hier bei uns bei der terrasse unterfenster ging das krasseste feuerwerk ab aller zeiten ich würde sagen ich gehe jetzt mal einen kaffee trinken muss erstmal kurz ein bisschen wach werden setzen wir ein bisschen auf die terrasse ein bisschen entspannen und solange könnt ihr euch nämlich mal schön das feuerwerk von den letzten tagen anschauen weil das ist richtig richtig krass gewesen schon ein bisschen deko jetzt auch hier neuerdings mal meine kleine aloe vera pflanze und wir haben heute den besten platz hatte schon die musik weil direkt hier bei uns unterhalb von der dachterrasse wird nachher das feuerwerk gestartet richtig kraft beste platze zeige ich kurz mein essen was mir fertig gemacht habe was ich jetzt hier zum feuerwerk mir schmecken lassen ist einfach ein bisschen olivenbrot parmesan paprika gurke und das ist einmal hier tomate mozarella und das oben ist ganz viel frisches basilikum und lauchzwiebeln sind noch drin und hier habe ich noch so ein olivenbrot aufstrich genau das werde ich mir jetzt mal schön schmecken lassen und dann werde ich nämlich mit dem markus facetimen und dann schauen wir jetzt quasi gemeinsam das feuerwerk auch und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020